Peace Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen Video und heute ist der 24. Dezember, das bedeutet heute Abend ist Heiligabend und somit frohe Weihnachten an alle schon mal ein Vorausgesagt. Leider habe ich dieses Jahr nicht wirklich ein Weihnachts-Special vorbereitet, da ich auch die letzten Tage gar nicht mal zu Hause war, aber wenn ihr wollt, schreibt es in die Kommentare und dann lade ich in den nächsten Tagen auch ein Video hoch und zeige euch, was für Geschenke ich alles bekommen habe. Außerdem gibt es dieses Jahr auch etwas für euch zu gewinnen, nämlich verlose ich dieses Jahr einmal GTA 5 für den PC. Alles was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist einmal in den Kommentaren schreiben, dass ihr beim Wettbewerb mitmachen möchtet, das Video ein Like geben und teilt das Video bei euren Freunden. Wenn das Video an die 15.000 Likes kommt, dann verlose ich ein GTA 5. Auf jeden Fall, frohe Weihnachten an alle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.